Wie verhält es sich mit jenem Rhythmus, der in der Sinneswahrnehmung des Hörenden ist? Denn nicht erst dann, wenn ich meinen Klang höre, entsteht in meinen Ohren die Fähigkeit des Bildens oder des Missbildens. Jene natürliche, gleichsam urteilende Fähigkeit, die dem Ohren zukommt, hört bei Stille nicht zu existieren auf. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist denn leicht, etwa Farben, Stimmen und Kuchen, Rosen und sanft weiche Körper zu Schöpfung des ZDF, 2020 Schöpfung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ist dir klar, dass von dem gesagt wird, es dauere lang, was sich über lange Zeit erstreckt, und von dem, es dauere nicht lang, was sich in Kurzzeit ereignet? Manifesto Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Der Vekal-Lichter-Einreicher, den Eingensverkauf, ein Dutz. Untertitelung des ZDF, 2020 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 A few long, vague scenes, both positive and negative Humans and animals evenly spaced, playing flutes and drums together Subtle, important movements below the ground Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020